Disney's Jonas, die Serie. Die neue Comedy-Show mit Kevin. Er ist ein Tagträumer. Eine Wolke in Form eines Häschens, süß. Ein Häschen in Form einer Wolke, noch süßer. Mit eigenartigen Ideen. Oh, ein Bär im Bikini. Und engagieren ein Otter, der Trompete spielt. Die Idee ist eigentlich auch ganz gut. Seht Kevin und seine Brüder, wie ihr sie noch nie gesehen habt. Disney's Jonas, die Serie. Immer Freitag, 13 Uhr, 20 und 18 Uhr. Nur im Disney-Chain.